Hallo zusammen, nächster Trailer am Start am 10.06.2024 in der Hoffnung, dass das stimmt. Der Widerstand wächst, Fachgesellschaft positioniert sich gegen Behandlung von Transjugendlichen. Wie gesagt, wenn es dann stimmen sollte, ist es ja mal zumindest eine positive Nachricht und deswegen kommt es dann auch wieder am Schluss bei mir. Es ist ja wirklich zu 98% Scheiße am Laufen, aber wenn mal was Erfreuliches geschieht, sollte es natürlich auch rausgebracht werden in den Äther. Aber nicht nur darum geht es, ihr wisst ja wieder, Bitschut, Odyssee, VK und Rambel, dreimal getrailert bei YouTube und dann macht es gut und vielleicht bis gleich. Tschüss!